Mäusen Leute, herzlich willkommen beim Kylerlord und bei einem neuen Part Super Mario Maker weiter auf den ruhmreichen Weg auf schwer, wo ich eigentlich nicht hin will. Aber was muss, das muss. So, weiter geht's, meine lieben und liebenden, don't touch anything, don't skip and skip und sprachfehler anfangen. Ähm, es werden, wie immer, dieser Scheiß, don't move level gates gibt, ich, es mag vielleicht spektakulär aussehen, aber ich mag sie nicht, genau, was soll das hier, äh, das sieht aus wie ein Bullshit-Level, wie kann man zum Bullshit-Level starten, das wirft gleich ein schlechtes Karma. Leute, warum, warum reagiert meine Scheiß-Wiemot nicht? Jetzt, was war los, was geht ab? Ey Leute, das Luftenschicht ist nicht die letzten Parts, schöne, gute Level und jetzt, Bullshit. Wow, 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 wow. Was für ein Masterpiece. Das war einfach nur, einmalig. Einmalig. So ein Bullshit. Nee, 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 nee. Also wenn er wenigstens getreut hätte, hätte er das Level wenigstens, hätte er wenigstens die ganze Länge durchgezogen. Pro Gamer. Oh, oh, vielleicht Pro Gamer. Ergibt mir... Kann man das... Ah, nee, ich glaube, das... Guck mal, wie Pro Gamer-mäßig das Level ist. Äh, wollt ihr mich? Äh? Wirklich? 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 Das ist sein... Das war doch jetzt echt nicht sein Ernst, Alter. Nee, lass mal stecken. Lass mal stecken. Lass mal checken. Just help till you start. Ähm... Jo. Na gut, nice ist Ende fürs Level, aber... Jetzt kriegt man wieder diese... Anfangsräume von... Mario Maker. Jetzt kriegt man wieder diese ersten erstellten Levels, ey. Voll nice. Finde ich voll nice von dir und so. Oh Gott, ey. Ich freue mich, wenn das mit Doom kommt. Das hat man den Doom Mario Maker. Und wenn das dann... Ich will gleich wissen, was wir da bauen. Ich will es manchmal gar nicht wissen. Mann, Leute. Ärgert mich doch noch so. Ihr dürft mich nicht ärgern. Ich hab Hunger. So, darauf erst mal in Dex to Energy. Guten Hunger. Oh, weißt du, Leute, auf den Scheiß hab ich auch keine Lust. Hm. Okay. Naja. 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 Es war so klar. Ist egal, wir haben es geschafft. Boah, läuft diese Dex to Energy-Dinger. Ey, die schmecken einfach zu geil. Wie viel darf man davon essen, ob das man umkippt? Keine Ahnung. Ich könnte es bei Europa sagen. Sagt es mir so. So. Jedenfalls. Wir haben das gleiche geschafft. Mario, Peer, ich wurde auf die Hände festgebracht. Tod sieht auch nicht gerade sehr glücklich aus. So. Das waren die Levels auch vielleicht. Die mich ist gebaut, äh, Isabel, mit den sehr guten Level. Fand ich war jetzt auch das beste Level von allen. Aber da hätte ich auch gerne so einen Crash-Bandicoot-Maker. Juhu. So, neu spielen. Normal. Und dann geht es überhaupt schwer. Auf der Verschweck kacke ich mich schon ein. Ich glaube, da platzt mir wieder eine Naht am Sack. Wenn ich dann wieder die Levels da sehe. Also, wenn ich das schon. Oh, Leute. Da haben wir Kopfschmerzen. Los, gib es mir. Gib es mir. Aber bitte kein No-Skip-Level. Aber bitte kein No-Skip-Level. Ihr könnt es mir geben. Aber kein No-Skip-Level. Automatik-Level. Hört doch mal auf mit der Scheiße. Okay. Oh, ich habe Angst, dass ich diesen... Wow, 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 wow. Leute. Ich habe einen Fehler gesehen. Ich habe ihn gesehen und werde ihn jetzt sofort berichtigen. Wenn ich wieder das hinkriege mit dem Scheiß springen. Ach, komm, leck mich, ey. Verarschen gar nicht, Miao, alleine. Habe ich ja gerade. So ein Scheiß. Okay, was geht ab hier? Es ist das Trampolin Mania. Gebt mir aber wenigstens mal einen Pilz. Ah, Leute. Wie soll ich denn jetzt... Ach, obwohl es gibt nur... Ist ja nicht unschaffbar. Und zack. Eigentlich schon wie ein Level, was man auch vielleicht hätte machen können. Das ist... Braucht kein Normal. Nein, brauchst nicht. Braucht es nicht. So, komm, mach weiter. Zack. Zieh den Finger. Wir haben keine Zeit. Die Zeit arbeitet gegen uns. Ach, Leute. Oh, wenn... Wenn Bowser mich schon anguckt, dann ist schon alles super. Oh, Leute. Wie ich diese Levels hasse. Wo die... Oh, Mann. Jetzt. Das ist auch wieder so ein Level, was auch vielleicht hätte sein können. Oh, Mann. Oh, Mann. Wuhu. Geh, 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 geh. So, jetzt lasst mich da runter. Oh, geil. Mein Lieblings-Background. Ich finde einfach nur dieses Glitzern so geil. Ja, ähm. Guten Tag. Ich hätte gerne einen Pilz zum Mitnehmen. Ah, okay. Ich bin immer zu ungeduldig. Boah, warum müssen wir immer... Warum müssen wir immer den Pilz verlieren? Hallo? Boah, ich kann immer nicht warten, bis sie runterregnen. Ach, ja. Sorry, Leute, ich bin ein bisschen müde heute. War bestimmt falsch. Das war... Na gut, man kann gar nichts falsch machen. Machen. So. Ja. Anstrengend. Das Level setzt sich unter anstrengend. Einfach nur anstrengend. So, komm, mach. Weiter hier. Ich sag mal so, ich sag mal so, ich muss sagen, manche Leute kann man eine gewisse Kreativität nicht ableugnen. Aber trotzdem, immer so mittelmäßig beschlecht... gemacht. Was? Aua! So. Uh! Äh, nein. Gut. Das ist halt knapp, weil ich hab ja mal das Talent. Das Ding. Genau. Aua! Was mach ich denn für ne Pisse? Komm, Pilz, zu mir. Komm, wir singen ein Lied. Wir singen zu meinem Sander Super Mario Maker Lied. Gute Levels, gepackten Schächten Levels. Das ist doch wunderschön. Doch die meisten Levels möchte ich manchmal gerne wiedersehen. Hoffentlich ist euch jetzt nicht zu einem abgefallen. Okay, Mario Time, Mario Time sagt, komm, geh weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Ich muss da aufnehmen, dass ich nur begrenzte Zeit haben können. So, danke. I love it, I don't love it. Ah. Na gut, manche sind schon mit kleinen Sachen zufrieden. Wäre auch, wie ein Level sich hier auf einfach reingeschmissen hätte. Weil ich möchte mindestens noch... Ja! Nicht dieser verkorkste Koks? Hallo? Mario? Aber... Mal... Ist mal wieder was. Nein, stimmt. Du darfst die Gegner ja nicht berühren. Los. Schildsitus! Zerstörers! Nein! Mich nicht zerstörers! Okay. Kann man das auch so... Na, ich wollte so mit rein. Kaputt, 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 kaputt. Äh. Schilds! Zerstörers! Impotentos! Ich finde, es sollten mehr Levels sein, wo man übelst groß werden kann. Viel mehr Levels. Bitte, macht das. Ich möchte viel mehr Levels von sowas haben. Ich möchte viel mehr Levels von sowas haben. Meine lieben Freunde, der war schlechte Unterhaltung. Das Level machen wir jetzt noch. Außer der schlechte, überspringen wir mal was. What do you want from me? Okay, 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 okay. Weh. Was ist das? Das Wettrennen. Das Rennen um das Leben. Ja. Na, das könnt ihr natürlich nicht treffen. Also, ich muss sagen, wieder sehr lustige Typen hier unterwegs. Ja, sehr lustig. Ah, ja. Schönes... So, Leute. Das war's mit dem heutigen Part von Super Mario Maker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie immer. Schreibt mir einen Kommentar oder einen Like. Oder schreibt, was ihr wollt. Was immer ihr Bock habt. Wie gesagt, meine anderen drei Kanäle wie immer in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!